Hey Lauren, danke, dass du kurz Zeit für mich hast. Entwann geht's dir gut? Du klangst zu besorgt am Telefon. Also gut, pass auf, ich hab sehr viel über dich und über deine Situation nachgedacht. Naja, unsere Situation. Und eins ist mir wirklich wichtig. Ich werde mich so gut wie möglich um dich und das Baby kümmern. Ich meine, ich bin hundertprozentig für euch da. Ich mach alles, was du willst. Ich hol dir mitten in der Nacht Eiscreme, einfach alles. Und so ein Babybärtchen hab ich schnell gebaut, also mach dir keine Sorgen. Das ist süß von dir. Nur weißt du, das organisiert schon alles ein anderer. Der Vater. Entwann, es ist nicht von dir. Bitte sehr, Liebling. Oh, danke. Hey, Skills, oder? Äh, ja, hey. Hey. Ich wollte euch beiden nur meine Hilfe anbieten, falls es irgendwelche Umbauten gibt. Mit so einem Baby ändert sich verdammt viel, oder? Oh. Unter der Nummer könnt ihr mich immer erreichen. Antoine Taylor, Sportkoordinator. Willst du unser Baby trainieren? Oh, äh, du musst das umdrehen. Antoine Taylor, der Babyspezialist. Ja, das klingt besser. Danke. David? Hi, Lauren. Hey. Oh, deine Freundin ist auch gleich schwanger geworden. Also, Lauren ist deine neue? Ja. Ihr zwei kennt euch? Ja, das klingt besser. Vielen Dank.